Hallo, ich begrüße Sie zur Klimaschau, Ausgabe 140. Die Themen heute, Klimarhythmus und PdO-Takt, der Syrienkrieg und der Klimawandel, weniger mehr als durch Stürme und Schuld haben die Staudämme. Alle Links zu den Themen finden Sie unten im Begleittext des Videos. Peking. Im Pazifikraum gibt es zwei charakteristische Klimaschwankungen, die Einfluss auf das globale Wettergeschehen nehmen. Die eine ist das Wechselspiel zwischen El Niño und La Niña, die andere ist die sogenannte Pazifische-Dekadische Oszillation, kurz PdO. Der Namensbestandteil Dekadisch deutet bereits an, dass es sich um langmaßstäbliche Veränderungen im Maßstab von mehreren Jahrzehnten handelt. Konkret geht es bei der PdO um die Anordnung von Warm- und Kaltwassergebieten im nördlichen Pazifik. Die nordamerikanische Wetterbehörde NAA bietet auf ihrer Webseite den Verlauf der PdO als Grafik an. Negative Phasen der PdO sind als Ausschläge nach unten in blau dargestellt, positive Phasen als Ausschläge nach oben. Für die letzten Jahre ist eine negative PdO zu erkennen, was unter anderem mit der Häufung von La Niñas verbunden ist. Wenn man die Kurve etwas glättet, erkennt man einen etwa 60-jährigen Zyklus, bei dem positive und negative Perioden abwechseln. Allerdings gibt es ältliche Störungen dieser Zyklik. So wurde die 1998 begonnene negative Phase der PdO bereits zweimal durch mehrjährige positive Zwischenspiele unterbrochen. Da moderne Messdaten erst seit Mitte des 20. Jahrhunderts vorliegen, ist auch die Rhythmenlänge des nicht taktgenauen PdO-Zyklus noch nicht genau bestimmbar. Trotzdem ist die PdO ein sehr wichtiges Phänomen, denn vergleicht man die Entwicklung der globalen Temperaturen, ist ein überraschend hohes Maß an Übereinstimmung mit der PdO zu erkennen. So passt die aktuell bereits seit sieben Jahren anlaufende globale Erwärmungspause gut mit der negativen Phase der PdO zusammen. Eine Forschergruppe um Yidanshif von der Tsinghe University in Peking hat nun den Einfluss der PdO auf die beiden globalen Erwärmungspausen 1940 bis 1775 und 1998 bis 2013 untersucht. Die Wissenschaftler ermittelten die PdO als Hauptursache für die Unterbrechung der Klimaerwärmung. Grundlage ihrer Studie bildeten Beobachtungsdaten und Klimasimulationen. Die starke Verknüpfung zwischen globalen Temperaturen und dem Verlauf der PdO könnte man nutzen, um die zukünftige Temperaturentwicklung besser abschätzen zu können. Wenn man die PdO irgendwie vorhersagen könnte, dann wüsste man auch besser über die Temperatur in Zukunft Bescheid. Genau dies versucht eine Forschergruppe Mengjiaoqin von der Tsinghe University im chinesischen Hangzhou. Mithilfe von Deep Learning Methoden analysierten die Wissenschaftler den bisherigen Verlauf der PdO. Ziel war es, charakteristische Muster zu erkennen, die sich auch in der Zukunft wiederholen könnten. Auf dieser Basis entwickelten die chinesischen Klimaforscher ein Modell für die PdO. Dieses prüften sie im Anschluss für die letzten 40 Jahre und verglichen die Resultate mit den von acht herkömmlichen Klimamodellen. Das neue chinesische PdO-Modell schnitt hier überlegen ab. Bei Vorhersagen mit Zeithorizonten von sechs Monaten bzw. drei Jahren war es deutlich präziser als die Konkurrenzprodukte. Die Studie erschien im März 2022 in den Geophysical Research Letters. Wir erleben gerade große Fortschritte beim Verständnis der natürlichen Klimakomponenten. Interessanterweise wurde die PdO erst 1997 entdeckt und definiert. 25 Jahre später beginnt die Fachwelt die große Bedeutung und den Nutzen dieser natürlichen Klimaschwankungen allmählich zu begreifen und sinnvoll einzusetzen. Da erscheinen vorschnelle Festlegungen des Weltklimarats IPCC mittlerweile ziemlich plump. Der IPCC glaubt auf Basis seiner unvollständigen Klimamodelle, dass der moderne Klimawandel zu 100% Menschen gemacht sei. Natürliche Einflüsse sind beim IPCC nicht vorgesehen. Angesichts der Engverknüpfung von Globaltemperatur und PdO erscheint dies nicht sehr plausibel. Dies gilt insbesondere, da die PdO laut paleoklimatologischen Untersuchungen auch einen Langzeittrend im Maßstab von Jahrhunderten besitzt. Dieser wird in keinem einzigen IPCC-Modell berücksichtigt. Bei der überfälligen Neubewertung wird es sicher noch die ein oder andere Überraschung geben. Syrien Als 2011 der Krieg in Syrien ausbrach, war das Land bereits seit einigen Jahren von einer Dürre gebeutelt. Dabei waren 2007 und 2009 besonders trockene Jahre. Die Wasserknappheit wirkte sich negativ auf die Landwirtschaft aus und führte zu einer verstärkten Abwanderung der Landbevölkerung. Dies wiederum führte zur Arbeitslosigkeit und Knappheiten. Bislang war die vorherrschende öffentliche Meinung, dass die Dürre eine entscheidende Rolle beim Auflammen der Proteste und dem anschließenden Ausbruch des Syrienkrieges gespielt hat. Eine Forschergruppe um Lina Eklund von der schwedischen Universität Lund ist hier gänzlich anderer Meinung. Laut ihren Untersuchungen wird die Rolle der Dürre beim Ausbruch des syrischen Bürgerkrieges stark überschätzt. Denn eine genaue Analyse der Abläufe zeigt, dass sich die Landwirtschaft in Syrien bereits vor Kriegsbeginn wieder erholt hatte. Im Jahr vor Beginn der Proteste war die landwirtschaftliche Tätigkeit nämlich wieder auf einem normalen Niveau angekommen. Es handelte sich also um eine vorübergehende Missernte für ein oder zwei Jahre. Anhand von Satellitenbildern konnten die Forscher zeigen, dass die Auswirkungen der Dürre auf die Landwirtschaft in den nordöstlichen Teilen Syriens am größten waren. Interessanterweise gab es keine Anzeichen dafür, dass Land im großen Umfang aufgegeben wurde. Dies deutet darauf hin, dass sie durch die Dürre ausgelöste Abwanderung nur vorübergehend war und die Menschen wieder zurückkehrten. Laut Eklund wurde das Bild vom Syrienkrieg als Klimakonflikt von mehreren führenden Politikern der Welt, darunter Barack Obama, verbreitet. Auch die Medien verbreiteten überwiegend diese Sichtweise aus wissenschaftlichen Außenseiterstudien. Die Arbeit der Universität Lund zeigt jedoch deutlich, dass der Klimawandel allein keine Konflikte mit großen Flüchtlingsströmen auslösen vermag. Die Studie erschien im April 2022 im Fachblatt Communications Earth and Environment aus der Nature Zeitschriftengruppe. Antarktis Im Südsommer 2021 und 2022 kam es in der Antarktis zu einem neuen Rekord. Am 25. Februar 2022 schrumpfte das antarktische Meer als auf einen historischen Tiefstand mit lediglich 1,924 Millionen Quadratkilometern. Das waren etwa eine Million Quadratkilometer weniger als der langjährige Durchschnittswert für diese Zeit. Was war passiert? Hatte der Klimawandel plötzlich über Nacht zugeschlagen? Schauen wir uns zunächst den Jahresverlauf der antarktischen Meereisbedeckung genauer an. Auf der X-Achse sind von links nach rechts die Monate aufgetragen, von Januar bis Dezember. Auf der Y-Achse ist die per Satellit gemessene Meereisfläche eingezeichnet, in Millionen Quadratkilometern. Die graue Linie und die grauen Bereiche stellen den langjährigen Durchschnittswert dar. Man sieht gut den jahreszeitlichen Verlauf. Jährliches Eisminimum am Ende des Südsommers im März und Eismaximum am Ende des Südwinders im September. Die rote gestrichelte Linie steht für das Jahr 2017, als es im Jahresdurchschnitt besonders wenig Eis gab. Das Jahr 2022 ist die blaue Linie. Ende Februar durchkreuzt sie kurzfristig die rote gestrichelte Linie und übernahm an dieser Stelle den Minusrekord. Allerdings legte das Eis bereits kurz darauf wieder kräftig zu und die blaue Linie von 2022 kreuzt erneut die rote 2017er Linie nach oben. Der Eisverlust war also nur kurzzeitig. Im darauf folgenden Südwinter 2022 tritt die blaue Linie sogar kurzzeitig in den grauen Normalbereich ein. Was führte also zum historischen Eistiefstand am 25. Februar 2022? Eine Forschergruppe um John Turner von British Antarctic Survey ist der Frage nachgegangen. Und sie wurden fündig. Die Ursachen für den kurzzeitigen Meereisverlust und Negativrekord lassen sich auf extrem starke Stürme im Rossmeer im Oktober und November 2021 zurückführen. An ihrer Westflanke entstanden dabei sehr starke Südwinde. Diese bewegten das Meereis von der antarktischen Küste weg nach Norden, wodurch der Ozeanbereich plötzlich eisfrei wurde. Hierdurch konnte die Sonne ungelindert auf das Oberflächenwasser treffen, wodurch sich das Wasser zusätzlich aufheizte und weiteres Eis schmelzen ließ. Ein weiterer Faktor waren die sehr starken Westwinde nördlich des Wettelmeers, die das Meereis aus diesem Becken in Richtung Osten verschoben. Die Studie erschien im Juni 2022 in den Geophysical Research Letters. Südostasien Das südostasiatische Mekong-Delta hat ungefähr die Größe der Niederlande. Der größte Teil gehört zu Vietnam. Hier leben 20 Millionen Menschen, viele von ihnen sind Reisbauern. Experten fürchten, dass das Mekong-Delta bis zum Ende des Jahrhunderts nahezu vollständig vom Meer überspült sein wird. Das hat jedoch nur zu einem kleinen Teil mit dem Meeresspiegelanstieg zu tun. Normalerweise können Deltas das ansteigende Meer gut parieren. Wenn Flüsse aus dem Hinterland genug Sediment ins Delta transportieren, dann wächst das Delta einfach mit dem Meeresspiegel mit. Im Mekong-Delta ist dies jedoch schwierig, denn die Bevölkerung hat den Sedimentfluss durch eine Reihe von unglücklichen Maßnahmen leider unterbrochen. Das Hauptproblem ist der Bau einer Reihe von Staudämmen für Wasserkraftzwecke. Die produzieren jetzt zwar fleißig erneuerbare Energie, aber sie halten auch das im Unterlauf dringend benötige Sediment vom Weitertransport ab. Das kleine bisschen Sand, das im Delta dann doch ankommt, wird dann auch noch als Baumaterial für den boomenden Immobiliensektor aus den Flüssen geschürft und entnommen. Ein weiterer wichtiger Faktor für das Schicksal des Deltas ist die Wasserwirtschaft. Deiche und Kanäle wurden gebaut, um Überschwemmungen einzudämmen und die intensive Landwirtschaft in diesem Gebiet zu ermöglichen. Aber dadurch wird auch verhindert, dass das fruchtbare Sediment die Felder erreicht. Verschärft wird das Problem durch die übermäßige Nutzung des Grundwassers, die zu einer Absenkung der Oberfläche des Deltas um einige Zentimeter pro Jahr geführt hat. Dies ist ein Vielfaches der globalen Meeresspiegel-Ansteigsrate. Die Forscher schlagen sechs Maßnahmen vor, die die Lebenssauer des Deltas erheblich verlängern würden. 1. Vermeidung von neuen Staudämmen Geplante Projekte sollten nach Möglichkeit durch Wind- und Solarparks ersetzt werden. Falls dies nicht möglich ist, sollten neue Staudämmen strategisch so gebaut werden, dass ihre Auswirkungen flussabwärts reduziert werden. 2. Bau- oder Nachrüsten von Wasserkraftdämmen, so dass die Sedimentpassage verbessert wird. 3. Beendigung des Sandabbaus im Flussbett und strenge Regulierung des Sedimentabbaus bei gleichzeitiger Reduzierung des Bedarfs an Mekongensand durch nachhaltige Baumaterialien und Recycling. 4. Neubewertung der intensiven Landwirtschaft im Mekong-Delta im Hinblick auf ihre Nachhaltigkeit. 5. Aufrechterhaltung der Konnektivität des Überschwemmungsgebietes des Deltas durch Anpassung der Wasserinfrastruktur. 6. Investitionen in natürliche Lösungen für den Küstenschutz in großem Maßstab entlang der Küsten des Deltas. Die von Matt Condoll von der University of California Berkeley angeführte Studie erschien im Mai 2022 im Fachplatz Science. Das war's für heute. Machen Sie gerne Werbung für die Sendung und teilen Sie den Videolink auf Facebook, Telegram und anderen sozialen Medien. Vielen Dank, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Das war's für heute.